Zahlen? Kommen Sie sofort. Das macht 7,40 Euro bitte. Oh, es tut mir leid, ich kann Ihnen auf 50 Euro leider nicht rausgeben. Was? Jetzt fängst du mir ein laubarmes Bier und dann kannst du auf 50 Euro nicht rausgeben? Was ist das für ein Scheißladen hier? Kein Geld oder was? Es tut mir leid, Sie müssen nichts bezahlen. Ich lade Sie ein. Okay, ich lasse die 50 Euro hier, kommen in einer Stunde wieder und dann hast du das Geld. Alles klar? Ja. Das war's so viel los. Das war's so viel los. Es tut mir schon ein. Ich habe auch das eine Säge am Tag nicht ver Cantur. Ich habe das noch nicht verloren. Das war's so viel los. Und das war's so viel los. Ich habe das hier zu Hause zu Hause. Ich habe das ganze Nacht schonen gelernt. Ich habe das kein Geld κάない. Es ist wirklich viele Ereignisse, die Tadeln Alexandra Korman und dann sind vor, und so alles ist vers �ровendlich dabei. Das war's so viel einfach und ich habe. Ich habe es wirklich verpasst. Kaffee Was darf denn sein für Sie denn hier? Spezik Ein Spezik, gerne So, bitteschön Darf es noch etwas sein? Wir haben auch frischen Kuchen 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 Hallo, was darf ich Ihnen bringen? Milch Milch Bitte gerne, Milch kommt sofort Bitteschön, darf es noch etwas sein? Wir haben auch frischen Kuchen Jawohl Ein helles, aber gerne Wasserflasche nicht So Bitte sehr Ist ja warm Ist der Kühlschrank kaputt oder was? Nehmt es ja nicht abgefuckt hier, oder? Nö Nö Dieses eine Ding noch Schluss mit der Scheiße Na? Alles alleine hier? Du brauchst doch bestimmt ein bisschen Gesellschaft Milch Milch Ist gut für die Knochen Naja, ne? Bierst du für den Bauch Los! Nett hier Das sind komische Gäste Hm? Kannst du das ja wohl machen? Ich glaube, du weißt, was die da machen, hm? Katschi Katschi Naja Du weißt, was die da machen Ich weiß auch, was die da machen Also wegen der gleichen Sache Was für die da machen Glaubst du, was wir uns zusammen tun Wir machen halbe halbe Hm? Das ist aber Kohl für uns beide Soviel brauch ich nicht mehr Dieser letzte Job Ich geh in Rente Oder teilst es nicht mehr. Das ist ja ganz schön was los hier. Oh ja, eine Koch, wie immer. Gerne. Bitte sehr. Danke. Gut, dass Sie hier sind, Sheriff. Ja. Ich glaube, er geht etwas Eigenartiges vor, da hinten, zwischen den beiden. Wirklich? Ja, ich glaube, die haben Waffen dabei. Okay, dann schaue ich mir das mal an. Meine Herrschaften? Sheriff, alles in Ordnung hier? Alles in Ordnung, Sheriff. Wieso stimmt das nicht? Ich wollte rein cutinemäßig nach dem Rechtes sehen. Ja, einen hervorragenden Job. Ach, Sheriff, eine Sache vielleicht. Erinnern Sie sich an den Rauchmord neulich in der Bank? Und die zwei Typen, die jetzt kürzlich aus der Buchhafte entlassen wurden, aus Mangel an Beweisen, weil die Beute nicht gefunden wurde? Ich glaube, die wird gerade abtransportiert. Die Brando-Brüder. Stehen bleiben. Sheriff, was gibt es? Schön stehen bleiben und kein Mucks. Habe ich etwas falsch gemacht, Sheriff? Das wird sich schon mal zeigen. Stell die Tasche auf den Boden und schieb sie langsam zu mir rüber. Warum? Da ist nichts wichtiges drin. Ich habe einen dringenden Tatverdacht gegen dich. Stell die Tasche auf den Boden und schieb sie zu mir rüber. Nun mach schon. Ich habe dringenden Tatverdacht gegen dich. Sheriff, Sheriff, Sheriff. Ich glaube, wir können über alles in Ruhe reden. Ruhig. Ganz ruhig. Ich glaube, wir können über alles in Ruhe reden. Ach, Sheriff. Okay. Wir können jetzt halbe halbe machen. Wir können jetzt halbe halbe machen. Wir können jetzt halbe machen. Wir können jetzt halbe machen. Wir können jetzt halbe machen. Wir sind halbe machen. Wir können zumal weg. Das ist besser. Wenn ich mich entspricht. Wir machen jetzt ein gutes Stück. Musik WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 ARD Text im Auftrag von Funk Kann doch nicht sein. Alle sind tot. Sogar der Sheriff. Oh man, Sheriff. Aber was ist das für ein Koffer? Was? Kann das sein? Alle sind tot. Und ich hab wirklich, das kannst du gleich für mich. Ja! 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 Ich habe doch die Zeichnung genutzt. Boah! 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 Äh, ich hätte jetzt das wechseln können. Buh! Buh! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.